Der Schatz des Perlclans Der Schatz des Perlclans Jetzt kämpfen Ja, ja, nur Entwicklung von Evoli Der Schatz des Perlclans Aber wenn die Level 32 Pokémon hat als Anführerin Und hier laufen Level 50, 60 Trainer rum Dann ist das ein bisschen bitter, ne? Der Schatz des Perlclans Untertitelung des ZDF für funk, 2017